Mein Curaprox-Code funktioniert jetzt wieder. Meine Lieben, ich freue mich, er geht wieder, der Code. Ja, irgendwas ist da schiefgelaufen bei Curaprox, aber sie haben ihn jetzt wieder aktiviert. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt dadurch Umstände hattet, wenn ihr warten müsstet. Ich hoffe, ihr habt nicht ohne Code bestellt oder bestellen müssen und auch nicht zu viel hin und her deswegen gehabt. Ich habe mir wirklich die größte Mühe gegeben, das so schnell wie möglich für euch zu klären. Was gar nicht so einfach war, da wie gesagt alle im Urlaub waren, aber jetzt funktioniert er wieder wie gewohnt. Der Code lautet DRAMI20, damit spart ihr 20% auf alle Produkte von Curaprox, also auf den gesamten Warenkorb, auf das ganze Sortiment. Bei jeder Bestellung beliebig oft einlösbar auf der Homepage www.curaprox.de Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Shoppen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Shoppen.